Wir entlasten Familien mit ganz konkreten Maßnahmen. Was bedeutet das genau? Der Alltag ist teurer geworden, vor allem Familien mit Kindern haben damit zu kämpfen. Deswegen haben wir als Bundesregierung zum 1. Januar diesen Jahres für spürbare finanzielle Verbesserungen gesorgt. Unter anderem haben wir das Kindergeld und den Kinderzuschlag erhöht. Der Kinderzuschlag steht Familien mit geringem Einkommen zu. Bislang kennen ihn noch nicht alle Familien, die darauf einen Anspruch hätten. Prüfen Sie also jetzt ganz einfach online, ob Sie den Kinderzuschlag bekommen können. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut betroffen. Das müssen wir ändern. Deshalb schaffen wir bis 2025 die Kindergrundsicherung. Je geringer das Einkommen der Eltern, desto höher wird die Kindergrundsicherung ausfallen. Damit alle Kinder die gleichen Chancen haben.